Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber der österreichische Radio-Staatssender ÖL3 hat mir zum Geburtstag gratuliert. Persönlich ein Lied von mir umgeschrieben und mir dadurch alles Gute gewünscht. Vielen Dank dafür. Und ich sage das deswegen, soweit ich angebe damit. Ich sage es ganz ehrlich, ich gebe damit an, weil es mir ganz, ganz viel bedeutet hat und ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und das müsst ihr jetzt auch jedes Jahr machen. Ist auch klar. Vielen Dank.